In den letzten Jahren und vor allem im Zuge meiner Zusammenarbeit mit CTP als Berater bei Cushman & Wayfield habe ich einen guten Einblick in das Team und natürlich auch das Produktportfolio erhalten. Die erstklassige Initiative und auch Expertise von CTP vor allem für Produktionsstätten, denke ich, bieten einen bestmöglichen Ausgangspunkt für meine Kunden hier in der Region Fuß zu fassen und organisch und nachhaltig zu arbeiten. Cushman & Wayfield waren es hauptsächlich die Ausschreibungen für neue Produktions- und Logistikstandorte für internationale und vor allem deutschsprachige Unternehmen in der gesamten Region Zentraleuropa, die ich verantwortet habe. Ich komme ursprünglich aus Köln in Nordrhein-Westfalen im Rheinland, bin dort aufgewachsen und zur Schule gegangen, später dann in meiner Gymnasialzeit in England und im Studium in den Niederlanden bin ich in Italien gelebt. In der Freizeit suche ich mir gerne einen Ausgleich aus dem Arbeitsalltag, tägliches Yoga sowie Golf und Tennis spielen mit Freunden und auch die Literatur oder zeitgenössische Kunst gehören zu meinen Neigungen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020